hallo und willkommen zu einem ja was was ist denn das let's test let's play keine ahnung irgendwie sowas wir zeigen euch ein spiel wir es in dem fall ich ist klar und der john von gametester ist hallo und wir wollen euch einfach mal agar.io zeigen genau ich glaube ich fang mal also hier mein name ist klar und hier die ip auf der spiel so so ja worum geht es in dem spiel man fängt ganz klein an sammelt diese kügelchen ein und wird dadurch größer wird dadurch auch langsamer kann dann wiederum kleinere fressen oder man kann natürlich auch gefressen werden was ich glaube ich gleich werde man kann natürlich noch so ein paar special attacks machen man kann sich nämlich teilen mit einer mit der lehrtaste und dann kann ich damit versuchen wenn man groß ist kleine leute die hat in so einer gruppe zusammenschwimmen oder so fressen und dann noch größer zu werden links oben was ich gerade bei mir getan habe ich komme zu dir links unten links unten hilfe bist du das ich glaube ja da ist irgendwas rotes so cool ich habe den gefressen egal ist das ich heiße im game john nein ich bin jetzt in der mitte ich bin nun jetzt links unten wo bist du so schnell da ist die 8 im weg ich komme ist kc im weg da komme ich auch nicht vorbei ich bin jetzt auf jeden fall schon ein bisschen größer weil ich irgendwie wie auch immer das geschafft habe einen größeren zu fressen ja jetzt habe ich jetzt habe ich mich geteilt weil ich jemanden fressen wollte und das habe ich nicht geschafft aber ich bin kurz vor leaderboard also das problem ist man kann sich mit der mit der man kann sich mit der lehrtaste teilen scheiß ich ist die ende glaube ich habe ich schon gesagt ach so hast du ja aber ich habe noch nicht was mit weh gesagt das kannst du noch sagen das weiß ich doch jetzt auch was also man kann auch bällchen abschießen also kleine von sich selber fette action ja links unten ne ja da bin ich jetzt abgehauen weil mir das zu sehr action war ich glaube ich habe gerade gefressen nein kc geh weg was ist überhaupt kc was ist das eigentlich kc 85 vielleicht nee die haben doch alle kc oder so ein kattaki french naja das wäre kfc da gibt es gerade richtig action unten links in der ecke da gehe ich nicht mehr hin wo bist du jetzt mitte ok ich gehe in die mitte ich bin auch zu fett ich bin langsam hat über tausend punkte gerade schön 141 ja dann komm mal her und fütter ich dich mal mit kügelchen mit meinem weh lieber nicht da lieber nicht also so so kann man sich futtern mach noch mal den film dann kriege ich die wenigstens ach nein so meine ich das nicht dass die anderen drauf was immer ein kesseln oder da der lila ist mir zu groß die sind die beiden nicht zu groß also ich bin doch groß genug ich kann mich jetzt mit euch alle drei fressen was mache ich ich denke wir spielen im team der war wir auch nicht ich bin zu nahm ich komme nicht hinterher jetzt bist du groß genug usa hat mich schießt noch mal rüber nein usa du musst usa nein du warst schon dass die alle ein bisschen größer sind als du aber ich bin leicht größer als die usa aber nicht als der größte nein der maß hat mich leicht ich bin 77 ich sehe es ich habe usa fast gesnackt also das gute war nämlich gerade bei der aktion das kann ich ja kurz mal deinen zustand erklären die wenn dir so ein großer in eine die wir haben nicht diese extra teile noch gar nicht erklärt da sind diese grünen teile wie ihr ein paar mal schon gesehen habt diese stacheligen teile und wenn da ein großer reinfliegt dann teilt er sich so ganz viele kleine teile und er kann das halt nicht kontrollieren und das ding ist dann ist er natürlich angreifbar weil die ganzen kleinen teilen natürlich richtig schnell irgendwie gesnackt werden können und wenn er aber ein kleiner rein fliegt und der kleiner als dieses grüne ding ist dann kann er sich dahinter verstecken und die großen kriegen den nicht hi usa ist neben mir und regt mich auf ja hier ist einer in dem grünen ding drin ja ich weiß natürlich überhaupt nicht hier sind auch überall welche warte ich muss ja doch rauskommen warte ich muss flüchten ich muss flüchten wieso musst du oh ja ich bin ja usa kommt oh gott nicht dass du gleich du weißt schon ach so du kannst die grünen zum platzen bringen ne oh das war richtig knapp die können ja die grünen echt zum platzen bringen ja die teilen die können die grünen zum teilen bringen und dann wie ihr gerade gesehen habt dann schießt das auch so nach vorne praktisch wie bei unserer lehrtaste und dann wenn das dann halt natürlich einen großen trifft dann wird er natürlich auch gesplittet ist halt so eine attacke von großen gegen große genau das hatte ich gestern das da wo da haben sie das grüne ding da beschossen und dann bin ich auf einmal geplatzt ja und dann das hat gerade der der die usa hat es gegen mich gerade versucht aber das problem ist jetzt bin ich auch im arsch weil die usa mich nicht aus der ecke rauslässt ja und mich frisst leichter maß oder auch nicht nein gesplittet in 80 millionen teile gg oder er frisst die kleinen teile ja ich bin noch gar nicht mehr in deiner nähe ok hast du noch kleine teile von nick jetzt war ich gerade unterwegs dahin ja du kannst aber noch kommen weil ich glaube ich werde gleich getötet gestorben werde ich gleich nein getötet ne denn dann komme ich nicht ja dann kann ich dich noch was geben und jetzt bin ich geteilt weil ich gerade versuche ich auch die hälfte von alter ohne witz was denn los mit euch hier nein lass mich in ruhe ich glaube ich sterbe ja das war ein bisschen bitte ein bisschen das heißt man kann das spiel eigentlich auch richtig gut also wenn ihr das mal spielen wollte wenn jetzt wirklich noch nicht kennt dann geht auf die die seite man kann einfach umsonne spielen das habe ich auch noch nicht gesagt und halt einfach egal was für ein nick name könnt ihr auch machen das heißt ihr könnt euch nennen wie ihr wollt und was natürlich auch manchmal ein bisschen doof ist aber manchmal auch ganz geil und das coole ist halt man kann halt schon so ein bisschen mit strategie spielen wenn man so ein team macht und so was wir jetzt gerade noch nicht so gut gescheitert haben was wir auch machen können nämlich halt wenn man natürlich wenn beide groß sind oder so was jetzt dann manche leute gegen dich natürlich versuchen dann so dich in der ecke drängen und dann kommst du dann nie wieder raus bist du richtig groß aber du kannst eigentlich nichts machen und dann so sterben halt die großen bin ich gerade auch da unten schön gestorben wo bist du jetzt ich bin jetzt irgendwo in der mitte hab fast wieder 100 punkte soll ich irgendwo hinkommen bist du in der ecke oder so nee ich bin auch eher mittig okay dann gucke ich mal er war etwas dickes casey ist hier schon wieder aber der ist nicht so dick na ich muss gucken wenn die namen auch schon ja geil hier ist piccolo und hugo ja der will mich ja die ganze zeit fressen wo bist du denn wo ist denn hugo ist jetzt ausnahmsweise gerade mal nicht bei mir aber sonst will der mich immer fressen bin bei kanada und casey und die töten nicht gleich irgendwie links an der seite ach komm ich bin schon gestorben was machst du denn ja ich weiß ich habe keine ahnung ich würde ich das weiß ja ich bin ja sonst eigentlich gut in dieses spiel ja normalerweise bin ich ja immer die 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 stirbt ich habe in letzter zeit geübt das ist stark ich nicht anscheinend hätte ich mal machen sollen also ich stand in letzter zeit ja ich bin jetzt drei meinte und da gestorben okay so erzähl was soll ich sagen also ich ja sehr oft auf nein jetzt habe ich mich geteilt habe mit meiner einhälfte ganz viele andere gefressen und dafür wurde meine andere hälfte gefressen ja so ist kacke aber das heißt aber welche hälfte wurde gefressen die die größte oder die kleine die waren dann zu dem zeitpunkt die die waren dann die die grund die kleinere glaube ich weiß ich nicht also ich will noch einmal leaderboard hier schaffen wo bist du gerade links unten ja da komme ich gerade sowieso hin ist geil passt doch in so einem dreieck von den grünen dingern weil ich mich versucht habe vom großen zu verstecken okay ich frage die ganze zeit nur wo bist du kennst du die folge habe ich generell nicht ja dann solltest du vielleicht erst mal was ist denn noch typisch rauch zum beispiel sowas wie gzsz oder so gucken nein oder unser serien thema anfangen also ganz kurz nur zur erklärung wir haben ein video für meinen kanal auf mir oder für den kanal bei mir also mit meinem kumpelmacher aufgenommen und da haben wir über serien geredet also wenn ich das angucken will kann er gerne machen muss aber nicht und ist natürlich zu finden unter game tester ist genau weiß ich es ist das schon zu finden weiß ich wenn du das video hochlädst also das war doch heute ist mittwoch ja dann ist schon oben ja ist schon oben seit fünf stunden hast du so ein automatisches ding da reingestellt ja genau das ist ja schon entspannter als ich habe es noch gar nicht rausgefunden wie das geht ja früher habe ich das auch da bist du und habe dann immer so gedacht hat dann wenn ich irgendwie weg war hier ja ja es fliegt nicht weg vor mir doch vielleicht doch ja ich versuche den versuchen den kiosk oder nein das kanada ich bin wieder nach oben nach unten ich weiß noch nicht so recht nach oben also kann man ein paar sachen zu snacken also ein bisschen punkt und so also ich schwebe gerade ein bisschen jodo durch die gegend und ich versuche zu flüchten du musst du darfst nicht mal so angst haben bei den großen du bist eh du musst immer dran in diesen du bist schneller als die wenn du fahrt wenn du ein bisschen vernünftig nein das ist super wenn du ein bisschen vernünftig fliegst dann oh da ist noch einer guck der ist nämlich auch nur auf der flucht pass auf pass auf da sind noch mehr dort ist und hier ist kanada wieder wieder durch schaffst du ja kann ich nicht weil du im weg bist ich kann ja vielleicht und dann gebe ich dir was davon so habe eingegessen ja ich auch ich musste mich was bitten oh hier hier das ist das ist die gelbe und die gelben da arbeiten zusammen äh da die 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 blau und da gelb da w team und und e jakon ja w team ist halt natürlich ein team typ und eher gut e jakon scheiße oh jetzt hat er die hälfte von ihm gegessen okay die arbeiten doch nicht zusammen runter ich muss runter ja das schaffst du das schaffst du ja ich wollte dich nicht fressen er macht aber nicht alles cool besser ich bin bald und wir dann nicht ja ich merke das schon dass du schaffst du ja nur hier ist gleich ende nein ja ich bin tot in irgendeine ecke weg oder das heil ich sonst hast du es ja ja ich bin ganz klein ich bin ja gestorben deswegen konnte ich nicht konnte ich nicht sehen also ich bin jetzt ganz winzig aber so das war so eine szene leute jetzt genau gewinnig alle böse in die ecke gedrängt diese ganze die haben alle zusammengearbeitet ja alle alle zusammen haben irgendwie doppelt gemoppelt aber egal vielleicht finden wir hier über dieses video noch leute die das mit uns zusammen machen ja leute wenn ihr agar io mit uns spielen wollt dann dann den verfolger gefressen sagt und ich bin ja damit noch mehr leuten die genauso gut sind wie wir genau also vielleicht noch mit leuten die besser sind als wir aber nicht mit euch geht das überhaupt noch schlechter ich kann jetzt richtig gemein sein und sagen als du schon aber das habe ich nicht gesagt das habe ich nicht gesagt gedacht ja was denn der ist voll nicht reingeblüht was soll ich denn machen hier wollen wir den nettern letzten aber pass auf mit ayu naja also sind auch beide einfach lila das ist echt voll witzig da kommen da kommen ganz viele freunde ich muss aufhören sitzen dann oh 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 ja ich habe einen ok komm ich helfe dir ich helfe dir belgium bist du wo bist du hingeflogen nach unten aber es klingt so bescheid dass du sagt dem denkt man einfach so er bist betrunken wo bist du hingeflogen usa amerika also ich würde sagen wir sind wir sind ja schon relativ weit mit der aufnahme bis ich sterbe vielleicht oder so bislang bin ich ja noch nicht gestorben wie weit bist du in der aufnahme vielleicht bei 14 minuten okay ja dann vielleicht irgendwie so bis du stirbst oder wenn es halt so lange dauert können wir auch zwischendurch einfach so dann opfern wir uns ehrenhaft aber auch nur ja aber auch nur bei einem kleinen das war's na gut hier könnt ihr noch mal den den ding sehen aber ihr könnt auch jeden anderen nehmen ihr müsst nicht genau diese ip-adresse nehmen weil wir spuken wahrscheinlich auch auf anderen ip-adressen dann wiederum jo ich sehe dich noch du willst du dich noch nicht opfern ach so ja ich muss das wieder hoch wenn ich schon mal so schön drin bin dann bleibt doch drin kann kannst ja drin da ja das finde ich auch genau ich kann auch für deine zuschauer sterben jetzt sterben schreibt jetzt in kommentar darin naja nicht so ganz jetzt bist du wieder weg aus dem bildschirm na egal oder ich krieg gerade wieder rein noch nicht ach da da kommst du und du wirst ja nicht naja nicht erst ein bisschen größer da kommen ganz viele kleine mal hoch ganz viele ja jetzt ist hat größtenteils gefressen worden ja einfach immer noch hinter mir ist guck der ist gleich groß wie ich aber es ist nicht ja ist egal ja ihr könnt uns ja mal schreiben wie ihr das so gefunden habt ja finde ich auch ja oder ihr guckt einfach mal bei game tester ist vorbei und schreibt da das was wie ihr das so gefunden habt ja sehr gerne und dann würde ich sagen tschüss 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 tschüss